4...3...2...1...2... Dieser Fungus, kümmern mich drum. 5...4...3...2...1... Dann müssen wir jetzt gucken. Müssen wir mehr healen. Du musst auf jeden Fall den Pilz gegenhalten. Der kassiert nämlich immer mehr Damage. Ja, der ist unmachbar. Ja, der fällt so schnell. Bietet euch. Natürlich alle wieder aufs Edge switchen. Aura läuft. Wieder ein grüner Pilz. Aber jetzt nicht direkt voll healen. Ach so. Wir warten. Okay, nice. Okay, nice. Good job. Grüner Pilz. Aber bei 30... Na ja. Energie, Wut, was auch immer. Edge an der Seite. So, ich gehe direkt hin am Boss. Machst du die weg, Marcel? Mach die Edge. Habe ich, ja, ja. Ja, das war schon nicht. 5...4...3...2...2...1... Voll heilen den Pilz, grün. Und... Grünner Pilz steht hinten an der Wand. Da war's. Da war's drüber. Da muss auch Moos weggemacht werden. Und kleine Edge sind noch da. Alle zum Grünen. Ja, hochheilen. 2...1... Hütet euch. 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 Ich klei' nicht. Okay du mach's. Ja okay ich mach's. Jetzt umst du ja gleich beim grünen. Meiner ist 90%. Und du am Werfer. Du musst zum Kriegen gehen. Sieht aber gut aus mit sowas unter. Vorrenbefall. Muss voll gehalten werden. Allein gut zum grünen. Gut Job. Prost Ed. Nimmst du's? Ja. Machen wir mal die so. Pils. Pils. Rüber Pils. Clearen. Ich bin overheat. Marvin du musst. Was? Du musst taunten. Okay. Kleine Ads hinten. Pils voll heilen. Nice. Good job. Bittet euch. Jetzt die kleinen Ads da hinten müssen weg. Ja. Oh. Jesus. Kann nicht ranhucken. Ich muss die machen. Einer ist kaputt. Da ist ein blauer Pils. Zweiter auch. Da ist noch ein böser Pils. Da ist Seuche. Pass auf. Hinten beim grünen muss reagiert werden. Ich hab aber jeden mal wenn du musst. Ja. Ja. Nochmal Potsdusen wer hat. Jetzt in dem Pils. Wegdrehen. Pull Nuke. Pull Nuke. Nero. Der liegt. Jawoll. Gold und Gold. Ach ja. Ja. Voll schön.